ein wunderschön und auf geht's wieder die quelle die schon wieder die drei was du brauchst ich bin mal gespannt der süp da raus und dann mal singen und vorsichtiger welt du solltest nicht hier sein ich kann keinen wolf trauen der lebt die aus dem weg tür ich dulde keine wölfe in asgard dies ist ein heiliger ort töten ist hier verboten das weißt du habe bist du von sinnen du verhältst dich als wärst du vom geist eines anderen besessen die norny erwarten mich ein wolf wird bei ragnarök mein ende sein willst du jeden wolf in den neuen reichen erschlagen um diesem schicksal zu entgehen lächerlich nimm dieses tier und sperre es ein dasselbe täte ich mit jedem wolf und hund in asgard wenn ich könnte um deine sorgen zu zerstreuen erfülle ich deinen wunsch der anstehende krieg bedarf deiner vollen aufmerksamkeit ich danke dir mutgeber für deine ruhige hand wer so tief hinab steigt kommt nie mehr nach oben dann bleibt uns nur der weg nach unten dann schauen wir mal als gott kann ich ganz schön lange die luft anhalten als gott halt ich krieg die so unauffällig ins gesicht gedrückt diese steine stein dort tein nun du da du für du 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 Was ist mit ihm hier? Was ist mit ihm hier? Ich habe eine Probe und ich mache mir eine Mütze aus ihm. Nicht nötig, Harvey. Nicht nötig. Ich sorge mich nur um die Reinheit der Kälte. Er weiß ganz genau, dass der Wolf mich töten wird. Und die ganzen Bevorsehungen. Er hat aber was damit zu tun, der Arsch. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg. Hm. Dann schauen wir mal, ob man hier auf einer Wiese irgendwo so ist. Hübsch ist das Spiel halt schon. Kann man ja nicht mehr gerne. Baumeister! Ah, du kommst gerade recht. Na dann. Was ist passiert? Was macht er denn? Wir haben den idealen Ort gefunden. Hast du das Wasser? Wie versprochen. Gleich eröffnen die hier einen Trugschluss. Das Tor ist offen und die kommen an und kämpfen, weißt du? Vermengt mit meiner Farbe wird es die Schutzruhne, die ich hier anbringe, mit Magie erfüllen. Keine Ruhne schützt dich vor meinem Zorn, wenn du ein böses Spiel mit uns treibst. Die perfekte Mischung. Warte, was tust du da? Ich binde meinen Geist mit Hugga-Magie an diese Verzauberungen. Dadurch werden sie stärker. Hugga-Magie? Hast du die bei den Jöttern gelernt? Ja, sie benutzen auch Hugga-Magie. Doch dies ist meine eigene Technik. Und nun ist es fast vollbracht. Könntest du mir helfen und mir ein paar Töpfe Farbe bringen? So viele du kannst. Ich komm mir... Vorsichtig, der Topf ist zerbrechlich. Ich komm mir vor. Denk daran, nur hinstellen, nicht zerbrechen. Pass bitte auf. Die Farbe können wir ersetzen, aber die Vorbereitungszeit wäre verloren. Das ist sehr gut. Genau der richtige Ort. Was jetzt, Baumeister? Vielleicht solltest du aus dem Weg gehen, zum Beispiel auf diesem Felsental. Von dort siehst du auch viel besser. So, dann bitte jetzt. Hier. Reicht das? Das wird es. Warte, warte. Und da ist er. Ist er nicht wunderschön? Deine Runen haben diesen Schild geschaffen? Allerdings. Und wenn alles gut geht, wird er deine Verbündeten schützen und deine Feinde rösten. Zeig es mir. Mit Vergnügen. Locker einige Eindringlinge aus dem Wald und in den Schild hinein. Natürlich lebendig. Sie müssen leben. Und mir tut er nichts, wenn ich hindurch schreite? Ich geb dir mein Wort, Harvey. Ähm... Los! Höre! Hey! Hierher, ihr stinkendes Pack! Ihr schleicht herum wie Feiglinge! Bin ich so furchterregend, dass ihr euch wie Mäuse auf dem Acker verkriecht? Ja, gut! Lock sie näher heran! Ja! Ja, es klappt! Sieh mal an! Wie die Motten im Licht! Kommt, ihr vaterlosen Hunde! Ich bin einer und ihr seid viele! Was habt ihr zu verlieren? Diese Narren. Sie laufen in ihr Verderben. Baumeister! Ist es richtig, dass dein Schild so flackert? Er ist instabil! Dein Schild versagt, Baumeister! Sie kommen durch! Ich verstehe das nicht! Wir sollten tot sein! Ja! Ähm... Was ist er denn jetzt? Na gut. Na gut. Hallo, wo können wir noch Feiglinge haben? Oh, den Kopf ab! oh baumeister den schild lockt ein heer herbei doch erst so schwach wie dein wort das ist nicht was du versprachst wenn ich dich bloß überlassen hätte ich sehe nichts bring das in ordnung sofort ich male so schnell ich kann hier hier ich bin fast fertig das rief zwar nicht so glatt wie er hofft doch der weg zum ziel spielt keine rolle solange das ende früchte trägt saure früchte nicht so süß wie du versprochen hast er hält der schild hat wunder gewirkt mehr schlecht als recht beeindruckend aber unbeständig sei unbesorgt das problem ist behoben ich habe die richtige lösung zusammen gemischt mit genügend materialien und dem wichtigen anreiz gelobe ich einen so hohen turm zu bauen dass er ganz asgard beschützt das material finden wir kein problem doch welchen anreiz hast du im sinn nur eine kleinigkeit nichts besonderes ich wünsche mir nur freya als gemahlin und königin warum die königin asgards ist es dein ziel an ihrer seite zu herrschen nichts derart kühnes ich möchte mich einfach nur in ihrer schönheit sonnen sie kann über dieses reich herrschen wie es ihr beliebt es steht mir nicht zu freya wie einen heuballen zu verhökern ich werde sie nach ihrer meinung fragen tu was du tun musst doch mein preis steht fest ohne freya keinen schild ich begehre sonst nichts und du hast hier keine anderen freunde also gib schön acht ja gut ich sag wie es ist wow Fähigkeiten weiter gehts aufsteigen er hat sich Punkte gekriegt alles gut berate dich mit den Göttern achso ich glaube das ist ja das heißt wir machen hier mal schnellreise springen dann ins wasser und machen dann den ganzen anderen Quatsch und retten uns da gegenseitig dem Poppes bei dem beraten bin ich so ein Schmerzgespräch es kommt mit springen 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 Okay. Alter, der hat eine Lehmung, oder was? Gib Gas. Macht er ja hier wieder nicht. Für mich ist das jetzt bereit, hätte ich mit den Göttern. Und da, ne? Oh, lol. Das ist der schwarze Wolf. Hä, wieso ist das nicht so... Wieso ist das so riesig? Raun, starke Beine. Er muss aus einer mächtigen Blutlinie stammen. Ihr Narren! Wenn er so weiter wächst, wird er schon bald den Mond verschlucken können. Ich weiß, was du denkst, Harvey. Doch dieser Wolf ist nicht dein Feind. Die Zeichen Ragnaröks. Sollte es kommen, werden wir alle erkennen. Tür, du wirfst Knochen in einem Spiel, das du nicht verstehst. Das mag sein. Doch das Wagnis gehe ich ein. Wenn es mich einen Preis kostet, zahle ich ihn. Im Moment sind es die Jötter, die uns Ärger machen. Hast du mit dem Baumeister gesprochen? Das habe ich, ja. Ist Freya in der Nähe? Sie bringt Tor bei, wie man Armeen aufbaut. Ein Kampf, den sie beide verlieren. Kommt mit. Ihr müsst alle hören, was ich zu sagen habe. Na, Loki. Du kleiner Drecksack. Ich hätte doch was im Schönen. Das habe ich. Die Hammer ist geil. Die will die haben. Tor ist Hammer. Harvey, du siehst besorgt aus. Der Baumeister gab mir eine Kostprobe seiner Magie. Sein Schild streckte Einbringlinge nur durch Berührung nieder. Das käme uns sehr gelegen. Aber dein Gesicht lässt anderes vermuten. Ich fürchte, der Preis ist zu hoch. Was verlangt er denn? Dich. Mich? Hält er uns für Sklavenhändler? Ich hämmere ihm auf den Kopf, bis er sein Hirn ausscheißt. Nun beruhigt euch doch. Ne, Tor. Geil. Denkt diesen Gedanken bloß nicht zu Ende. Was hast du geantwortet? Ich sagte ihm, das wäre allein deine Entscheidung. Du hast nicht einfach abgelehnt? Ich wich seiner Frage aus, um uns Zeit zu verschaffen, bis wir einen besseren Einfall haben. Einen, der ohne den Verkauf eurer Königin auskommt, wie ich hoffe. Ich könnte auf seine Leber einprügeln, bis er ganz umsonst für uns arbeitet. Ziehen wir doch in Betracht. Ich nutze meinen Körper nicht zur Verhandlung. Danke. Also das ist mir neu. Moment. Ich hab's. Das stumpfe Ende meines Hammers in seine Familienplanung. Ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Stellt dem Baumeister eine unmögliche Aufgabe. Zum Beispiel eine Frist von, sagen wir, neun Tagen. Wenn er scheitert, was zweifellos geschehen wird, bleibt Freya frei. Und wir können seine angefangene Arbeit zu Ende bringen. Er müsste dumm oder verrückt sein, um zuzustimmen. Du unterschätzt kluge Männer, Herr der Stürme. Der Baumeister hat seinen Stolz. Er wird keiner Herausforderung aus dem Weg gehen. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Doch wir müssen handeln. Loki, überbring dem Baumeister dieses Angebot. Dein Wille ist mir Befehl, Huhnenschreiber. Du spielst nach Regeln, über die du keine Kontrolle hast. Du wolltest, dass dieser Handel stattfindet. Wir sind Äsie. Sie Teil der Warnir. Vorsicht! Haltet Abstand! Der Wolf! Scheiße! Tür! Zurück! Ich hol ihn mir! Aus dem Weg! Der Wolf gehört mir! Zurück! Den schnapp ich mir! Hier! Ich schaffe meine Angst dann der Entschlüsse. Kämpf nicht gegen das Biest! Überlasst es mir! Ups. Los! Hey. Huh? Bist du der geweißerte Wolf? Bist du mein Untergang? Ist es dein Schicksal, mich zu vernichten? Hä? Ich bin der Wiedergänger. Ich bin der lebende Geist. Ich kann nicht sterben! Wir werden sehen, was stärker ist. Dein Schicksal oder mein Wille. Hm? Hm? Halt! Ah! Hä? Hä? Hm? 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 Lol! Das war jetzt mal, aber es ist mir hier. Ups, oh lol, hallo Oof, oh lol, hallo Ah! Oh, Gott. Wenn ich dein Leben verschone, wirst du dasselbe für mich tun? Nein. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Ich habe dich gewarnt und sieh, wohin es nicht führte. Harvey, nein! Halte ein, Harvey! Geh mir aus dem Weg, Loki! Du hast geschworen, nie mein Blut zu vergessen. Tritt zur Seite, dann muss ich es nicht tun! Das ist mein Blut! Was? Er ist mein Sohn! Bastard! Thür, du magst diesen Wolf. Du wirst sein Wächter sein. Bring ihn nach Lüngvi, binde ihn fest. Er darf die Insel nicht verlassen. Ich spreche mit dem Zwerg Ivaldi. Möge er eine dauerhaftere Lösung finden. Komm, Junge. Fürchte dich nicht. Sei sanft, bewahrer des Rechts. Loki. Der Tag der Abrechnung kommt. Oh, daran besteht kein Zweifel. Er süchtet ihn heran, damit er mich tötet. Loki war schon immer ein Stück Scheiße. In allen Videos, allen Filmen, allen Dingen. Marvel, wenn ihr geguckt habt, Loki ist immer in den Büchern einer derjenigen, der... Ja. Hm. Nicht... ...wir so gewogen ist. Der Himmel verdunkelt sich wie ein schlechtes Omen. Meine unmögliche Aufgabe wird immer dringender. Ich krieg schon Fertigkeitenpunkte. Nicht gut. Zack. Stärker werden, immer stärker werden, Stück für Stück. So. Ich hab dich ins Wasser. Ah, vielleicht nicht notwendig, wenn er sich hier gleich rüber... Ist ja eigentlich, okay. Hallo. Ja, sehr schön. Und hoch. Hm. Na, das war doch... Es war geplant. Wollte ich sowieso schon gerade immer hoch. Alter, hier in Askar drum zu rennen. Das ist auch so der Traum eines jeden. Aber Traum eines jeden ist auch jetzt zu schlafen. 27 Minuten sind wieder rum. Ihr solltet ins Bett. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. bin ich. Ich bin ein, das war da. Was ist ja auch ein, das war da. Das war die Laden der Räumen. Thanat aus dem, wenn ich das bin. Ich bin ein, das ist es für ein, das ist. Untertitelung des ZDF, 2020